Yo Leute, ich habe mir vorgenommen, den ganzen Tag echt stramm durchzuziehen und mit Big Baits auf große Hechte zu werfen. Habe dann zwischendurch auf Zander geangelt und habe kleine Barsche gefangen. Also, als kleinen Tipp am Rande, wenn ihr Barsche fangen wollt, geht einfach mit Big Baits auf Hecht.